Alles klar, dann gehen wir jetzt rein in den Guardian-Raid-Uronil mit einer Truppe von vier, um die Quest abzuschließen. Mal schauen, ob wir den Rekord brechen können von den drei Minuten, die sie beim letzten Mal waren. Ist auf jeden Fall ein cooler Guardian, der macht mega Laune. Der macht echt mega Laune, wir machen es jetzt mal clever, wir teilen uns hier auf, oder? Wir teilen uns hier mal auf. Ich laufe einfach hier lang, let's go. Und yo, ich habe jetzt endlich den Heiltrank mit dabei, das war auch ein geiler Tipp. Wenigstens einmal heilen aktiv im Kampf jetzt in den Raids. So. Ich laufe der Nummer 1 einmal nach. Boss ist oben links. Boss ist oben links, woher weißt du das so schnell, dass der Boss oben links ist? Das heißt, wir müssen jetzt einmal komplett die ganze Map ablatschen, bis wir oben links sind, ne? Das ist natürlich schon doof jetzt. Genau wieder für den falschen Weg entschieden. Ich wollte auch am Start, ihr habt es gesehen, ich bin zuerst links gelaufen und dann habe ich mich doch entschlossen runter zu laufen. Warum auch immer. Ja, verdammt. 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 Dann wird das mit der Rekordzeit schon mal nichts. Gibt Battle-Item, der 30 Sekunden dem Boss auf der Karte anzeigt. Das hat der Spieler gemacht. Ja gut. Ja gut. Das Item bräuche ich dann eventuell für später auch noch. Verdammt, man. Wirklich, hier sind sie. Drei und vier. Jo. Aber das Gute ist auf jeden Fall schon mal, der spawnt nicht immer an derselben Stelle. Das finde ich ziemlich cool, dass man entweder das Item dann nutzt, um den zu finden, oder man läuft eben wirklich rum und sucht. So, aber wir sind da. Wir sind in der Action. Wir kommen direkt rein mit unserem Awakening-Move. Starten den Kampf damit und dann zerstören wir den Kollegen. 50.000 Schaden gemacht. Berserker ist auf jeden Fall dabei, ne? Ne, ein Gun-Lancer, okay. Uff. Ist Lost Ark Pay-to-Win oder rein Cosmetics? Boah, dazu sage ich absolut nichts. Dazu sage ich absolut nichts zu dem Quatsch. Du kannst es 100% kostenlos spielen. Okay. Ich finde das so geil gemacht, dass das so ein bisschen auf Monster gemacht ist eben, dass du das Leben nicht siehst und einfach nur draufbauen musst und gucken musst, wie der sich verhält und so weiter. Das ist so geil. Nice. Danke für den Heal. Also zu dritt, beziehungsweise zu viert ist das auf jeden Fall angenehmer, als wir den das erste Mal alleine gemacht haben. Das war ein absoluter Kram. Oh, getroffen. Und jetzt bin ich hier. Okay, immer noch nicht, immer noch nicht. Richtig auf die Rübe drauf. Ah, da läuft er noch weg. Da läuft er noch weg, der Glückspilz. Bam. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Nice. Easy. Wer ist der MVP geworden? Vier Minuten. So. Die Seele holen wir uns auf jeden Fall. Aber ey. Zweiter Platz, immerhin. Geile Sache, Mann. Geile Sache. Das war der Guardian Uroni, Mann. Mega nice. Mega, mega, mega nice.